Warnung! Nichts für schwache Nerven. Tag miteinander, letzte Nacht hatte ich was mit deiner Frau. Ich dusche noch immer. Ich nehme diese Folge mit einem wasserdichten Smartphone auf, während ich auf dem Klo sitze. Beim Duschen. So und check, der schlechte Eindruck ist gemacht. Ab hier kann es nur besser werden, was enormen Druck von mir nimmt. Ich bin ein Sensibelchen seit ich als Kind in den Kessel voll Zaubertrank gefallen bin. Ein paar geistreiche Sprüche zum Nachdenken gefällig? Ach wie gut, dass jeder weiß, dass ich auf deine Meinung scheiß. Nicht schlecht, oder? Für dein nächstes Do-it-yourself-Türschild am Klo. In diesem Haus da wohnt ein Geist, der jedem, der zu lange scheißt, von unten in den Sack reinbeißt. Kommen wir weg von den ekligen Witzen und machen auf ein dringendes Problem des Klimawandels aufmerksam, das uns alle betrifft und eines Tages im Schlaf holen wird. Im Wald, da ist ein Wasserfall. Wenn's nicht mehr fließt, ist's Wasser all. Hahaha. Was, wie war das? Bei meinem Gerede ist dir das Hirn eingeschlafen? Dann empfehle ich dir dringend noch ein lustiges Video im Humorkeller anzusehen. Hau rein und grüß deine Frau von mir. Hau rein und grüß deine Frau von mir. Hau rein und grüß deine Frau von mir. Vielen Dank.